Die AfD ist tatsächlich die zweitstärkste Partei, laut den ersten Prognosen, jetzt um 18 Uhr in Hessen und in Bayern. Ihr habt richtig gehört, in beiden Bundesländern. Wir gucken uns diese aktuelle Prognose genau an und mal gucken, wie das Endergebnis, zumindest das vorläufige, heute Abend noch aussehen wird. Darüber werde ich dann natürlich ebenfalls berichten. Moin zusammen, ich bin der Olli. Wenn du neu bist, jetzt dein Abo dalassen und wir gehen direkt rein. Wir gucken uns das Ganze hier beim ZDF mal mit diesen Hochrechnungen, mit der Prognose erstmal. So ist es richtig genau an und sehen hier folgendes. Wir sehen, dass die CSU 36,5 Prozent, war ja auch so abzusehen, den ersten Platz ganz klar belegt. Gar keine Frage, aber wir machen gleich auch nochmal einen Vergleich dazu zum Wahlergebnis im Vergleich zu 2018. Wie das genau aussieht, gleich. Wir sehen, dass die Grünen mit 15,5 Prozent auf dem dritten Platz gelandet sind. Hier ebenfalls nicht so stark wie erwartet. Man hat ja von 16, 17 Prozent in den letzten Umfragen auch was gesehen. Nämlich, davor, nehmen wir die mal direkt davor, ist die AfD auf dem zweiten Platz mit 16 Prozent. Zumindest aktuell. Da kann sich natürlich hier und da noch ein bisschen prozentmäßig was verändern. Gerade bei einem halben Prozentpunkt vorher wird schwierig. Wird schwierig, damit dieser Platz gehalten wird. Warten wir mal ab. Mal gucken, wie viele Briefwähler noch eintrudeln und ausgezählt werden. Ein Schellbebüssester bedenkt. Aber ernsthaft, Freiwähler wären damit nur auf Platz 4. Nur auf Platz 4, obwohl der Herr Aiwanger einen grandiosen Wahlkampf geführt hat, muss man wirklich sagen. Und obwohl ihm in zahlreichen Umfragen nachgewiesenermaßen ja bestätigt wurde, dass diese Schmutzkampagne, die über Wochen hinweg versucht wurde, gegen ihn durchzuführen und gemacht wurde, dass die ihm mehr genutzt als geschadet hat. Deswegen kann ich dieses Ergebnis im Verhältnis zu den Grünen nicht verstehen. Was ich verstehen kann, das mit der SPD. Weil die SPD sich ja hier auch klar positioniert hatte, gegen den Herrn Aiwanger, wirklich in persona, so habe ich es wahrgenommen. Und das hat vielen, vielen Leuten in Bayern im Speziellen nicht gefallen. Und dementsprechend steht die Partei natürlich auch wirklich schlecht. Wirklich schlecht da mit nur 8,5%. Absolut schallerndes, ganz großes Ohrfeigenkonzert, mag man es nennen, sehen wir hier für die FDP in Bayern mit nur mickrigen 3%. Die brauchen auch nicht hoffen, würde ich behaupten, dass da jetzt irgendwie noch ein paar Stimmen gezählt und gefunden werden, dass die auf 5% kommen. Das ist ja unwahrscheinlich. Das sind ja ein paar tausende Stimmen in dem gesamten Bundesland, damit die jetzt irgendwie noch auf 5% kommen. Ich wage es zu bezweifeln, Leute. Interessant dazu sind natürlich die Gewinne und Verluste. Und jetzt guckt euch das mal an. Wer hat denn hier gewonnen? Das sind nur zwei Parteien. Das ist ganz klar grandiose 5,8% mehr die Alternative für Deutschland. Berechtigterweise, weil sie sich gegen Verbote ausspricht, für, dafür, dass Verbrenner weiterhin gefahren werden dürfen in Deutschland. Dass man kein Heizungsverbot machen soll, dass man sonstige grüne Ideologien nicht machen möchte, etc. pp. Diese Liste ist lang. Offensichtlich ist es das, was die Leute in Bayern anspricht. So muss man es klipp und klar darstellen. Und genauso spricht es die Leute auch an, ein Hubert Aiwanger und seine Freien Wähler. Was sie wiederum nicht anspricht, am allermeisten, die Grünen, die Grünen am allermeisten, sind hier mit 2,1% genauso abgeschwächt wie die FDP. Also gerade FDP sollte doch Christian Lindner, die die Partei so runtergewirtschaftet hat, abgesetzt werden. Muss es doch klipp und klar sagen. Wenn er daraus jetzt nicht endlich Konsequenzen für seine Partei auf Bundes- und auf Landesebene ziehen wird, wird das so weitergehen. Und denkt an meine Prognose an dieser Stelle. Dann wird Christian Lindner bzw. die FDP aus anderen Parlamenten in Deutschland rausfliegen. Sie werden in zwei Jahren aus dem Bundestag rausfliegen mit Christian Lindner, davon gehe ich aus. Hoffe ich, zumindest aus der Regierung auf jeden Fall. Aber sie werden vorher in anderen Landtagen auch nicht mehr vertreten sein. Dann sehen wir das Ganze hier bei der CSU auch nochmal eine leichte Abschwächung um 0,7%. Und die SPD ebenfalls mit 1,2%. Interessant ist, dass ich ja im Olli-Investiert-Kanal noch ein Video gemacht hatte. Und eigentlich hieß es ja, ja, die Wahlbeteiligung wäre sehr, sehr schwach. Aber wir sehen, dass es zum Ende hin halt nochmal hochgegangen ist. Offensichtlich, und das beruhigt mich persönlich so ein bisschen, dass die Leute doch auf jeden Fall mitsprechen möchten und das Ganze nutzen möchten. Interessant ist natürlich, Wahlen in Bayern seit 1946. Und wenn man sich das anguckt, was das für ein Armutserzeugnis ist, dieses Wahlergebnis hier, das ist so eines der schlechtesten, was es in Bayern für die CSU jemals gegeben hat. Und das liegt maßgeblich an der Politik von Markus Söder. Interessant, und wo kaum jemand dann direkt drüber spricht, was ist denn für eine Koalitionsmöglichkeit möglich? Schwarz-Blau. Richtig. Wir brauchen bei der absoluten Mehrheit 103 Sitze. Das wären 83. Dann bräuchte man ja nur noch 20 Plätze. Und das hätte man mit den Grünen. Das hätte man in Bayern auch mit den Freien Wählern. Aber ebenfalls auch mit der AfD. Nur nicht mit der SPD. Da würde es nicht ausreichen. Das Ganze machen wir jetzt natürlich ebenfalls auch in ausführlicher Weise für die Wahlen in Hessen. Und da sehen wir 34,5% CDU. Ebenfalls auf dem zweiten Platz die AfD mit 17%. Auf dem dritten Platz die Grünen 15,5%. Und hier 15,0% für die SPD. Ganz interessantes Ergebnis, besonders auch bei der FDP. Die müssen jetzt bangen. Das könnte auf 4,99 irgendwas Prozent natürlich noch absacken. Vielleicht wird es 5,0001 irgendwas Prozent. Dann wären sie im Landtag vertreten. Ansonsten sind sie auch dort raus. Nochmal. In Bayern sind sie bei 3% und damit so gut wie raus. Ganz sicher. Davon gehe ich aus. Wenn wir das Ganze jetzt aber weitergucken, sehen wir, dass die CDU eine massive Stärkung in Hessen erfahren hat. Eine ganz klare massive Stärkung. Eine ganz starke Abschwächung sehen wir, wenn man den meisten verloren hat. Nancy Fazers SPD. Offensichtlich wünschen die Menschen in Hessen keine SPD-Politik. Und besonders keine von der Nancy Fazer. Genauso wünschen sie auch keine grüne Politik. Das sind tolle Nachrichten. Keine grüne Politik, keine grünen Verbote. Ich rufe es hier gerne nochmal auf. In Bayern ebenfalls auch mit die schwächste oder die stärkste Schwächung erfahren die Grünen. Die stärkste Schwächung. So und dann sehen wir aber, dass ebenfalls genau wie in Bayern hier die Stärkung bei der AfD sehr, sehr hoch ist mit 3,9%. FDP massiv verloren. Linke massiv verloren. Freie Wähler sogar ein bisschen gewonnen. Müssten aber eigentlich gar nicht relevant sein. Denn 3,5%. Das reicht nicht aus. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ob das Ganze ausreichen würde und sie reinkommen würden. Man braucht im Hessischen Landtag lediglich 67 Sitze für die Mehrheit. 52 hat die CDU. Und dann bräuchte man ja nur noch 15 Plätze. Das heißt hier ebenfalls drei Möglichkeiten. Grüne, SPD und ja auch Schwarz-Blau mit der AfD wäre ebenfalls möglich. Wir wissen alle, dass das noch nicht mal zur Diskussion steht. Im Gegenteil. Der Boris Rhein hat ja gesagt, er möchte auch mit den Grünen sprechen. Ob er das nach diesem schändlichen Ergebnis von minus 4,3% noch aufrechthalten wird und kann, ist die Frage. Aber was wäre seine Alternative? Seine Alternative wäre halt die SPD. Und die ist ebenfalls noch schwächer, noch schwächer im Verhältnis. Und dann sehen wir nämlich, er müsste mit dieser Partei sprechen. Das ist das, was die Bürger in Hessen speziell möchten. Genauso wie auch in Bayern. Mit der FDP würde es wiederum nicht ausreichen, wenn sie denn einziehen. Weil wenn sie nicht einziehen, dann verschiebt sich das hier natürlich von den Sitzen her nochmal ganz interessant. Das müsst ihr auf dem Schirm behalten, Leute. So, und ansonsten hier Wahlbeteiligung, genau den nehmen wir noch mit rein. Da ist die Wahlbeteiligung sogar geringer mit 65,5 im Verhältnis zu 67,3%. Und man sieht es auch hier, CDU auch über die Jahre hinweg kein tolles Ergebnis oder ähnliches erfahren. Ich halte euch im Laufenden, wenn noch im Laufenden des Abends jetzt die aktuellen Hochrechnungen beziehungsweise dann das vorläufige Endergebnis rauskommt. Deswegen abonniert jetzt den Kanal. Auch drüben haben wir alle investiert. Ich denke, das zweite Video mache ich dort. Danke. Jetzt schreibt mal unten rein, was habt ihr gewählt? Habt ihr damit gerechnet? AfD, zweitstärkste Kraft. Bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal.